balim balim willkommen zurück zu patricia vier weiter geht's mal hanf nach oslo ich hatte aber lass mich in der letzten folge wir hatten wir hatten wir hatten ach da genau das hatten wir erhöhen der produktion in bett hat man auch weil wir hatten ein schiff losgeschickt die sind die ist auch genau hier waren piraten den wollten wir vernichten genau hier müssen häuser gebaut werden was wiederum heißt hier viel an rohstoffen so dann können wir hier noch ein paar häuser hin bauen dann können wir da noch einen brunnen hin bauen wäre ja nicht verkehrt wenn wir da oben da so dann gucken wir jetzt mal als allererstes was das saint macht geladen warum da war das schiff kaputt und der wick bolt sammelt das mal ein sammelt das mal ein treibgut haben wir gefunden sehr schön können wir immer gebrauchte treibgut ist treibgut ist so herrlich ist das aushang pech wird benötigt kann man hier auftrag nein reparatur ja reparieren wir das schiff erstmal und in der zeit können wir hier mal ein bisschen was kann man hier loswerden die können wir loswerden das war es auch eine matrosen ja her damit ja ich nehme auch noch welche sorg mimi ist auch wieder da sehr schön sehr schön die lassen wir drauf pech am tuch haben wir verlangen noch ein paar gewürzt haben noch ein paar sehr schön dann haben wir doch wieder nehmen wir das mit nehmen wir das mit so kommt die nehmen wir auch alle mit und weg mit dir wohin 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 wir brauchen wir brauchen wir brauchen ja komme hier fahren wir nach treiboli fahren wir nach treiboli was sagen die betriebe 98 99 99 99 95 95 85 alter ernsthaft so jemand immer ein paar rohstoffe mit haben wir mit auf der tasche mit 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 nein haben wir nicht haben wir nicht zielsteine wobei wir die hier herstellen das heißt also eigentlich könnte man die hier eine tongrube irgendwo hin wobei wir haben vier stück ne also irgendwas läuft hier schief die sind schon mal voll die sind voll das ist schon mal sehr gut das heißt es fehlen nur noch hier dafür fünf die sind alle im bau dann gucken wir mal wenn die fertig sind wir könnten aber hier noch stellen häuschen reinbauen dann bauen wir da noch ein häuschen rein so wird nämlich auch gebaut wunderbar guck mal hier sehr schön sehr schön sehr schön so das haben wir dann haben wir maßnahmen anerkennung einer hansestadt und 14 fällbetriebe müssten wir könnten wir müssten wenig könnten wir ist ja nicht ist ja kein muss haben wir salz kommen ein stück weit verkaufen dann können wir mal gucken was der salz in flensburg macht geht so langsam geht das zu neige ist aber auch nicht schlimm dann schicken wir die kulak wieder los und auf wiedersehen dann kann er da mal ein bisschen salz hinbringen in malmö wolle und käse käse weg wolle können wir auch noch ein stück weit das ist liegt noch im rahmen hat sagt goetheburg goetheburg ist auch soweit dann rega rega bräuchte äh ähm getreide das heißt wir könnten hier irgendwo noch rewal auch ha hier guck mal hier bitteschön wobei in rewal können wir auch beides anbauen ne holz und stein sollten wir vielleicht mal in angriff nehmen vorne ja bitteschön die tun mir nicht weh und die sind beide mir ne ja zwölf einheiten noch mal zwölf einheiten das ist schon mal sehr gut was sagen denn die doppelwohner hier es gibt zu wenig brunnen es gibt zu wenig brunnen die wirtschaft stagniert ähm bauen wir ein paar wohnhäuser ich erwarte dass wir dieses wohnhaus sofort wieder abreißt oder mich an den gewinnen beteiligt ich war hier zuerst vergesst das bitte nicht ich habe euch bereits mehrfach darauf hingewiesen dass ich eure ausbreitung in meiner stadt nicht schätze ihr stört meine geschäfte ihr stört meine geschäfte Miet 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 könnten wir noch ein paar bauen ne bauen wir hier noch ein paar P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Miet Bauern so räucherei Räucherei Schmelze Schmelze Räucherei Arbeiterhaus was willst du 100.000 nö 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 räucherei braucht ihr hanf nach hanf und salz genau haben wir hier mit bauer von mir das ist nicht meiner 6 am tag damit kann schon leben holz nach riepen warum soll ich denn ja jetzt holz hinbringen mit 56 der ist voll 56 der ist auch voll ich habe kein mit und holzbräuchten die so langsam auch mal der müsste doch so langsam fertig sein oder ja fahr mal nach goetheburg vers nach goetheburg ist da holz holen und dann bringst du das nach nest wird keine ahnung wie der kaffee ich kann es euch nicht sagen wie der kaffee ist ich weiß es doch nicht mal 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 die käse kann weg hat rostock ist auch so eine tote ecke von mir in rostock gründung einer neuen stadt in norden kann nur helsinki sein aber helsinki will ich nicht will ich nicht brauche ich mag ich nicht irgendwie so könnte ich aussuchen schneiderei meine kinder der ist da ist schon mal sehr gut das kann man weg packen und dafür können wir das rein holen da kommen die käse nehmen auch mit dann bringst du das dahin so ausbau keine weiteren ausbauten möglich habe ich die schon ausgebaut tatsache mit 100 mann ok schön dass du da bist das hört man auch gerne das hört man auch gerne ist ach ist eine forschung ist aktiv ne solche in oslo schmied schmied bürgerhaus können wir mal gucken was hier unser warenforderung vielleicht mit an dem 14 kleidung werden benötigt die können wir noch schnell kaufen oder wir haben ja nur 13 aber ist nicht schlimm dann schicken wir den schicken berlin ok dann benennt die plätze nach ihr macht ihr sehr schön auftrag fehlgeschlagen welcher auftrag ist fehlgeschlagen ernsthaft ernsthaft da ist aber jetzt eine nicht fair ist ja meine stadt also könnte ich ja im endeffekt auch entscheiden was da passiert halt das ist ja jetzt bestimmte handwurf nachher ein drastisch haben gefehlt ne 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 kappe elendigen kappe nehmen wir die andere mit ja komm mit da rein so ich wollte auch nicht drauf salz drauf mit habe ich nicht das dahin so du dahin da kommen die nämlich gleich die waren verkaufen das dahin so fahren wir mit dem man nach stockholm gehen da mal ein bisschen honig holen du gehst erstmal getreide holen du gehst erstmal getreide holen dann können wir den nämlich fertig machen hier erfüllen 160.000 ja die habe ich doch nicht wo soll ich die denn her holen so das ganze mit hochnehmen werkzeug ja werkzeug stockfisch vielleicht haben wir auch keins mehr sehr schön fahr mal nach nach reval fährst du nach reval bringst du da die sachen hin und gut ist hand von oslo nein mimi kommt wieder sehr schön ein bisschen creepy hier mit der straße ne sehr komisch hier könnte noch ein brunnen hin eigentlich da will ich auch kein haus hin bauen ähm 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 eine kapelle könnten wir eigentlich da ist der dom wenn wir hier dann noch eine kapelle hin bauen müssen wir gucken ne oder da so das geld holen wir uns aber wieder amt dann lassen wir das waren 25.000 ne auch dankeschön war nur das geld für die kapelle hat hol ich mir natürlich wieder ne leute so guck mal hier gibt es auch stockfisch dann fährst du er höhere produktion von kleidung kleidung das heißt ich muss aber irgendwie hier tuch hinkriegen wer produziert denn tuch außer eddingburg das ist ja das problem ne gründung eine nette nette das brauche ich auch nicht da kommt die kapelle hin das ist schon mal sehr gut hallo der wie hallo onkel wir benötigen mehr fälle es gibt zu wenig brunnen uns geht es gut wir haben zu wenig fälle wir haben zu wenig fälle wir haben zu wenig hallo wieso sind die alle von mir wieso sind die alle von die tun gerade so als wären alle verwandt hier ist nicht schön so pech und werkzeug pech und werkzeug und schluss der ist da oben dann können wir den mal hier voll machen mit ein bisschen honig nehmen wir mit nehmen wir ein bisschen pech mit stockfisch schnö hanf lassen wir hier oben kommen den rest nehmen wir holz mit und ab nach lübeck ab nach lübeck dann gucken wir mal was die da so sagen dann gucken wir mal so das riepen flensburg so salz haben die ne vielleicht haben wir auch das ist sehr gut dann könnt ihr die kulak haben wir den auch dann kann er nämlich da teil einer schatzkarte ja dankeschön neues schiff in lübeck sehr schön fürst du mit dem burg benötigt metall waren nehmen wir auch an wir haben ja so wenige brauchen wir immer noch ein schiff metall waren ja das gleiche preis noch ja auch sehr gut sehr wir haben es geschafft wir sind patricia sehr schön vermögen 6,6 millionen 25 schiffe statt her in zwei städten maximalen rang erreicht so und jetzt jetzt toben wir uns aus erhöhende produktion von käse nehmen wir an nehmen wir an bauern bauern wir da rein sehr schön das 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 28 prozent ja ja kann ich beleben aushang unterstützung von bauern nicht ich rede nagerkosten Ah, ja, komm. So. Wir brauchen Arbeiter, ne? Das heißt, wenn ich die Saint da hinschicke und dann leer mache mit den Matrosen, müsste doch funktionieren, oder? 63, 87. Die hauen nämlich alle ab hier. Komischerweise. Bitte beachte meine Hinweise im Logbuch, denn es gibt mehrere Probleme. Ja. Du verkaufst jetzt erstmal das Mähd. So. Dann. Taverne. Das haben wir leer gemacht. Die hauen Bye. Hey. Hi. Hi.